Nein, 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 nein. Große Map. Schlecht, schlecht, schlecht. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wie könnt ihr den Haken beschützen? Random Streifen, der vermutlich nichts zu bedeuten hat. Jetzt schon? Sehr gut, ich habe als erstes meine Obsession gefunden. Ich möchte mal die Obsession verletzen. Ach, wenn ich sie schlage, kriege ich keinen Cooldown? Das ist ja mies. Nein. 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 So, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als hinterher dich zu campen. Und zwar hier hinten, wo mich keiner sieht. Und zwar hier hinten, wo ich mich nicht verletze, wo ich mich nicht verletze, wo ich mich nicht verletze. Ich muss aber zurück zu anderen laufen, weil ich hab ja Ruf der Krankenschwester, ne? Zu spät. Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Geht eigentlich doch recht schnell, wenn man weiß, wie man das am besten auslöst. Oh, der hat sich umgebracht. Ich darf nicht daneben hauen. Ich muss da wirklich aufpassen, weil wenn ich daneben schlage, dann ist es weg. Es muss wirklich sitzen. Sonst habe ich mit der Hexe keine Chance. Komm her, warten. Ich muss da. Jetzt darf ich auf gar keinen Fall in CDS einsetzen. Ich muss schnell suchen. Wo ist der hingelaufen? Der war da. Und letztendlich war der da. Das kann nicht die alte Spur gewesen sein. Hier ist wieder eine Spur. Da läuft jemand. Ich hab dich. Hä? Kann nicht sein. Diesmal will ich ihn. Entscheidungsschlag in drei, zwei, doch nicht. Kein Entscheidungsschlag. Ja, ja. Ja, ja! Was ist das so schön? Wo ist sie hin? Was? Überall kratzt er, ich sehe nichts. Ah, und da war die Luki. Okay, das waren wirklich Noobs. Das war die Luki.